ja hallo leute hier wieder euer tozo mit modern warfare 3 angezockt und wir gehen da jetzt weiter durch die hölle so wie es aussieht die ballern und tun und machen und da oben seht ihr das war ein mutiger da oben haben wir auch noch einen zwei schuss reichen wir lagen gleich einmal nach da gibt es eine tolle anzeige was haben da breaking news battle for new york ja cool als ob wir das nicht wissen wir schleichen uns da jetzt mal rauf ja da ist schon wieder in deckung klar weil da hinten ja die bösen jungs warten und die haben ja auch schon da hinten ist auch einer das machen wir ganz anders wir machen das so wo ist er denn da und ok so noch ein paar bilder der galerie ja da also die grafik ist nicht unbedingt hervorragend also ich mag das spiel jetzt glaube ich schon nicht mehr und ist das eine bücherei oder nö ein schluck hat schuss ok plötzlich wo falsche taste wieder erwischt und wo ist denn der machen wir das so unten mitten auf dem helm da unten sind auch welche ich glaube ich glaube schleichen ist nicht unbedingt die sache die wir da brauchen und in die weichteile weite das ist ja mittlerweile mein markt zeigen da sind noch ein haufen von diesen russen angeblich na komm her wir werden davon rechts auch noch beschossen was ist denn jetzt los flankendeckung irgendetwas mal schon davon gehört du kasperl wie heißt überhaupt seien man ist ja klar der schlaf die ganze zeit so was machen wir jetzt eigentlich verflixt ist egal wir machen dann noch ein paar leute platt und dann weiter im text noch einer von da unten ich sehe da nix mehr egal wir müssen jetzt da rein okay was ist denn da halten sie x um feindliche aufklärungsdaten sicherzustellen das machen wir doch glatt und eins von 46 teilen pipapo und schlag mich tot und haben wir was haben denn die da hier innen geballert und bild einer ausstellung okay gut was sucht denn das bett hier schauen wir mal was ist denn das da da gibt es was zum waschen cool und du die haben ja auch die gleiche uniform wie wo bist denn du jetzt okay ich will das ak nicht leute so der pfeil macht mich ganz verrückter wir schauen da mal in die gegend ja du hast mich gesehen und da von rechts was war denn da oh oh hubschrauber da ist er okay dann noch ein paar okay nachladen und ja wir müssen aber unserem freund folgen glaube ich ja okay wo ist denn der wo ist denn der hin wo ist denn der hin schon leute bild eine ausstellung das wird jetzt der running gag äh bei battlefield waren es die ja topf pflanzen und hier was war das jetzt da hat die ak genau da ist nix und wir folgen dir natürlich senden und okay ja weil die börse schließt ja bald und das heißt wir können noch keine ja blendgranate linksberg okay und okay Ich habe auch nichts im Ohr außer Rauschen, weil eben diese Sound-Einstellung so blöd ist. Euch verstehe ich fast nicht und die ja, die schreien da durch die Gegend. Ist das jetzt die Börse oder was? Nö. Was haben wir für Datum? Okay, scheiß drauf. Okay, feuert einmal drauf. Los. Gut so und du auch noch und ja. Der Grinch. Der Grinch haltet Ausschau. Okay. Cringe, dass es sowas gibt. Ich muss wieder mitlaufen, da. Die laufen ja permanent durch die Gegend, so dass man sich überhaupt nicht... Oh, 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 oh. Wo? Da. Die Schmeisterkrücke. Grenade. Ja, ich habe ja. Und noch eine. Das wird ja heftig. Da kommen ja ein ganz ein Haufen von diesen Jungs auf uns zu. Komm her. Gut so. Gehen müssen. Die Sieger. Noch eine Granate schmeißen. Wir haben noch eine und dann ist vorbei. Oh, oh, oh. Ja, da geht es ja rund und da soll sich noch ein Mensch aufhören. Wer jetzt da Freund und Feind ist, die haben auch die gleiche blöde Uniform an wie wir, oder? Oh, oh. Dekum, ja, wäre ja schön. Wer hat denn uns da jetzt betoniert? Und unsere Freunde, die wir... Was ist denn mit denen? Von wegen helfen und so. So, wie viel kommen denn da? Granaten sind vorbei. Blendgranaten haben wir noch zwei. Ja, das reimt sich sogar. So. Da ist noch einer. Irgendwo. So. Nach Westen, gut, okay. Ja, dann haben wir da einmal, ja, aufgeräumt, so wie es aussieht. Alles okay. Wie ist die Lage im Zentrum? Die Russen haben alles abgeregelt. Die dreht uns in den Arsch. Wir kommen nicht durch. Irgendwas zur Luftunterstützung? Ja, Leute, da geht's zu und ja, ich verschüss mich da jetzt mal kurz, weil irgendwas haut da nicht ganz hin. Wo müssen wir jetzt da hin? Da nach vor. Ob wir die Mund ausgeht? Wir haben in Sicherheit. Und in den Rücken schießen. Ja, das kommt ja auch gut. Ich bin ja wirklich ein böser Buche. Sperrfeuer. Ja, okay. Dann rück einmal vor. Also damals zu meiner Zeit. Ja, ja, da war das ja ganz anders. Wo ist denn der, Heinzi? Granate, komm. Okay. Oh, oh. Wir müssen da ein wenig aufpassen, gell? Unser Grinch. So. Einmal. Da ist noch einer. Da oben. Du Schlingel. Wo sind denn die alle? Ziel erfasst. Einer auf den Treppen. Na klar. Aber der da oben? Der nervt ein wenig. Ah, fuck you. Na komm her. Wie kommen wir da jetzt rüber? Das machen wir noch. Und dann machen wir einen Schnitt. Denn das kann ja nicht sein. Den habe ich schon wieder nicht erwischt. Okay. Okay, der war weg. Und? Da ist ja noch einer. Bin mir sicher. Aber egal. Da ist er noch. Okay, den hatten wir auch. Jetzt sind sie gelaufen. Und das war's dann. 40 Meter noch. Ich laufe da mal ins offene Messer und das war's. Was war da schon wieder? Ich... Oho. Oho. Nicht die glückste Entscheidung. So, ich bin ein wenig komfus jetzt. Jetzt wird's ja ein wenig stressig für einen alten Toso. Das war ja noch nie mein Ding. Oho. Jetzt müssen wir uns hier verstecken. Das kann ja nicht sein. Okay. 24 Meter, das schaffen wir doch glatt noch, oder? Der hat einen Raketenwerfer. Das ist gefährlich, so ein Raketenwerfer. Damit spielt man nicht, wirst du weggehen. Und du auch. Und das war's dann auch schon nachgeladen. Und wo kommen denn die alle her? Haben die da ein Sit-In so? Oho. Ich wäre schon ganz schwummig vor lauter. Ja. Zielfernrohr und Pipapo und allem Möglichen. Und da ist schon wieder einer. Ich lass es doch sein. Okay. Uns geht bald einmal die Mund aus, gell? Da ist noch einer, den werden wir auch gleich. Okay. So. Noch einmal ein Aufladen. 12 Uhr ist gut. Okay. Raketenwerfer schon wieder. Das glaub ich doch nicht. Die machen da ein Feuerwerk. Jetzt geht mir aber bald einmal die Mund aus, glaub ich. Treffen Sie sich mit Ihrem Trupp in der Lobby. Zielaktualisiert. Okay. Treffen wir uns. Nun gut. Bevor wir da reingehen, machen wir einen Schnitt und wir sehen uns gleich wieder, wenn es da heißt, uns mit dem Trupp in der Lobby zu treffen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Wenn ja, dann schaut beim nächsten Mal wieder rein. Euer Tozo. Schönen Abend noch. Ciao.